Hallo und Willkommen zurück zu TheSovering. Ja, ist schon mal wieder ein paar Tage her, dass ich mal wieder aufgenommen habe. Ihr kennt das ja. Mal hat man Bock drauf, mal nicht. Dann möchte man mal wieder was anderes reinbringen. Weil unzufrieden ist man meistens auch, wenn man immer nur eine Sache vorgesetzt bekommt. Naja, wie dem auch sei. Ich bin den Weg nochmal zurückgegangen im Offscreen und habe nochmal drei Heilfiliolen bekommen. Also diese Xympion-Dingsda-Flaschen, diese Spraydosen, die wir uns heilen. Ja, mir fallen jetzt ansonsten keine anderen Namen ein. Egal. Eben die Dinger hier. Ich hoffe jetzt mal, dass wir die jetzt genug dabei haben, um uns dauerhaft zu heilen. Schauen wir einfach mal. So, dann kann ich das nochmal überspringen. So, jawohl. Ja, ja. So, und... Oh, klappt doch ganz gut. Und, na? Okay. Jetzt hat er mich rumgehauen. Na, komm schon, komm schon. Ich kann nicht mehr erinnern, was ich da drin war. Ein Mann, was ich da war. Naja. Ich wurde durch dieses System verbraten. Und? Ich habe mein Leben verbrannt. Ich habe mich verbrannt. Er ist für meine alten Frau's Diät, wie ich bin. Niemand will die ganze Geschichte. Jetzt hat er schon wieder alles verbraten, was ich hatte. Ich will sterben! Ich wollte sie sicher halten. Ich konnte sie nicht beschützen, als ich drin war. Wie ich mal wieder ignoriere, dass ich da teilweise Heilung kriege. Und, hallo? Und was wurde ich da jetzt gerade getroffen? Seltsam. Okay, aber scheint zu klappen. Okay, eins, zwei und... Ach, meine Güte. Na, ich gehe schon wieder drauf. Ich sehe es kommen. Na klar, war klar. Ich wüsste nur gern, was mich da jetzt ein paar Mal rumgebolzt hat. Okay. Was? Hier werde ich erst wieder rausgeworfen. Das ist ja lame. Okay. Aber es wundert mich eigentlich. Ich kriege echt nur drei Stück hier? Waren das beim letzten Mal nicht mehr? Okay. Wie es dem auch sei. Ach, wenn er mal aufhören würde zu rollen, während ich sprengen will. Jetzt. So was wie ein Doppelsprung kann er natürlich auch nicht. Wäre ja auch zu sinnvoll. Und? Ach. Ach, natürlich. So was kann ich natürlich auch treffen. Hm-hm. Ich finde es halt interessant, was er so zu erzählen hat. Auch wenn ich schon 50 Mal gehört habe. Und mich auf was anderes konzentrieren sollte. Boah, das ist echt mies, hier ein bisschen was zu teilen. Ja, natürlich. Grill mich einfach. Dann muss man hier auch noch andauernd aufpassen. Und? Na, also. Einmal überlebt. Und? Ja, ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren, deswegen schweige ich ein bisschen. Also nicht wundern. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und? So. Na, na, na? Dann muss ich darauf achten. Wann dieses Geräusch wiederkommt. Was ist das jetzt? Jawoll. Wusste ich's doch. Und jetzt dann hier. Äh. So. Hab ich's jetzt? Na, na, na? Geht doch. Na, gern geschehen. Okay. Äh. Gut. Überlebt. Wenn denn jetzt kommen wieder 50 Monster, die mich platt machen wollen? Ha, ich will das. Das haben sie doch nur hingestellt, damit es mich höhnisch anlachen kann. Böse Bande. Aber Moment, jetzt dürfte das doch eigentlich bedeuten, ich kann da endlich wieder durch die Türen durch, die vorher zu waren. Ah, ein Checkpoint. Das ist schön. Äh, Moment mal. Den soll ich jetzt auch gleich noch retten, oder was? Äh, jetzt Sekunde mal. Bevor ich jetzt zu dir renne, will ich jetzt erstmal nachschauen. Ach ja, natürlich. Mach da ein Feuerchen. Warum nicht? Lass uns mal schauen. Hier kam ich ja nicht durch. Nochmal rütteln. Nö. Das hier bringt auch nichts. Toll. Kann ich hier vielleicht so zerschießen oder so? Auch nicht. Alter, ich will da rein. Ich will jetzt nicht zu dem anderen. Ernsthaft, wie stellen die sich das vor? Ich gehe hier beinahe drauf, habe nichts mehr in Reserve und soll jetzt dem auch noch irgendwas helfen oder so? Na, ich bin ja mal gespannt. Mal schauen. Nee, scheint nicht so. Wir treffen uns wieder. Later. Aha. Later. Mhm. Ah, Gott sei Dank, Nachschub. Hey, Moment mal. Hier war ich doch gar nicht. Ohoho. Wie schon wieder, du? Alter. Ach, schreck mich nicht. Hä? Oh, da, da, da. Oh, nicht hier. Moment, ich höre doch auch diese... Ja. Oh, geh weg. Ich will keine Psychopharmaka. Wenn ich Drogen will, gehe ich auf ein Rolling Stones Konzert. Gleich mal die Tür dicht machen hier. Puh. Nervig, die Biester. Bringt es eigentlich was, wenn ich auf die Feuerlöscher losgehe, während die da stehen? Ich weiß es nicht. Moment. Hier erstmal. Äh, Sekunde. Ach doch. Hier war ich schon mal. Ah, ich laufe gerade den Weg wieder zurück wie vom Anfang. Ach, deswegen habe ich mich nicht mehr daran erinnert. Ist schon eine Weile her. Okay, aber hier gibt es doch noch so ein, zwei Türen, die ich vorhin nicht betreten konnte. Hallo. Ne, hier war ich schon. Und die Zigarette brennt noch immer. Wieso auch immer. Hm. Hier kommen jetzt dann aber nicht schon wieder diese Ollenbiester, oder? Natürlich, nachgefiltert auch kein Schwein was. Wäre ja auch mal was Sinnvolles. Ja, aber ich gehe jetzt doch noch mal die Wege ab. Vielleicht hat man ja nachträglich irgendwo was hingeworfen, oder so. Hm. Man weiß es ja nicht. Ist das du, Daddy? Warte. Also. Oh, hier passiert also doch noch was. Wo denn? Hallo? Wie? Wo zur Hölle bist du? Ach, hier. Ja. Warte, du sollst uns rauslassen? Warte, du wieder schockt? Was? Moment mal. Dad, ich bin hier. Wir brauchen dich nicht. Alles war gut, bis du zurückgekommen hast. Du lässt immer deine Angst haben die Beste von dir. Warum versuchst du jemanden, um eine Veränderung zu helfen? Du bist fast da. Huh. Moment mal. Ein Projektor? Was willst du jetzt schon wieder von mir? Kildscheiste? Diagnose? Boah, nicht du! Oh ja, jetzt übertreibt ihr es aber. Ah, danke für die Hilfe. Alter. Ernsthaft? Ich mach mal lieber die Tür zu. Machst du jetzt endlich die Tür zu? Boah. Ist ja brutal hier. Boah, da, 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 da. Geh sterben. Och nö, 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 nö. Wie viele denn noch von euch? Ist ja schlimm hier. Ne? Ach, die hassen sich gegenseitig. Das ist aber schön. Wenn ihr euch gegenseitig hassen müsst. Nee, 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 nee. So spielen wir aber nicht hier. Okay. Nach welchem Prinzip werden die wiedergeboren? Hm. Okay, Lambs, dann geht mir die Muni aus. Moment mal, Moment mal. Die Großen hassen die Kleinen und umgekehrt. Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Ja, okay, so soll es mir recht sein. Ich mag es nur nicht, wenn ihr mir hier im Weg rumsteht. Könntest du jetzt mal endlich drauf gehen? Ernsthaft? Boah, die Viecher können einem auf den Sack gehen. Und dann halten die auch noch so verdammt viel aus. Schlimm. Mir kommt noch solche Ideen. Äh, Moment mal. Gab es hier nicht? Ach. Äh, wett. Die Toilette sah doch anders aus. Och, nö. Willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Boah. Ich habe jetzt schon gedacht, die Viecher gehen auf mich los. Meine Güte. Nee, ernsthaft. Ernsthaft. Mach nicht so einen Scheiß. Also hier passiert jetzt alle Nase lang was Neues. Ich merke schon. Nicht gut? Überhaupt nicht gut. Okay, hier lag nichts mehr rum, was ich gebrauchen könnte. Was ich eigentlich schade finde. Alter, ich kriege bald auf dem Zahnfleisch von der Bewaffnung her. Achso, hier komme ich auch nicht mehr durch. Oder? Ah. Alternativwege. Gefällt mir. Es ist nicht sicher hier, Harley. Es ist nicht sicher. Äh. Was zum... Ja, warum nicht? Hasst ihr euch mal schön? Ist mir bumpe. Wollt ihr jetzt auch was von mir, oder? Ah. Shotgun-Munni. Ja, genau. Bring sie um. Mach sie platt. Lauf ihnen hinterher. Braver Junge. Für einen Fettsack macht er seine Arbeit gut. Okay, ich will nicht wissen, was gegen diese Tür gerannt ist. Wow, 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 wow. Erstmal wieder ein paar... Ui, habe ich so viel TNT? Okay, weg mit dir. Aha. Drei. Wow, 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 nervige Drecksdinger. Wo kam der jetzt her? Ey, sei nicht unfair. Naja, unfairer als bisher. So, erstmal ein bisschen Nachschub. Und schön als Rückendeckung. So. Rhe, Rhe, Rhe. Ratten, ich hasse Ratten. Meine Fresse. Ratten können nervig sein. So, wo muss ich jetzt lang? Den, oh, fetzig. Hier gefällt es mir doch sehr viel besser. Kann ich die Tür mal kurz zumachen? Danke. Okay. Na, bevor ich hier überrascht werde, kann ich hier irgendwie raus oder so? Nö. Toll. Hm, hier war die Pumpe. Dann mal gucken. Toll. Das ist doch wirklich toll. Einfach nur toll. Okay, komme ich irgendwie an dem vorbei? Ne, natürlich nicht. Was liegt denn hier? Ratten? Alter, wieso das? Ey, Moment mal, der ging doch gerade hoch, oder? Achso, der hat nur das Moll aufgerissen. Reiß nochmal auf, komm schon. Oh, wow, wow. Heiliges Blechle. Na, Moment mal, ich habe doch gerade Molotow aufgenommen, oder? Das waren doch Molotows. Oder was war das für eine Kiste? Ach nee, halt mal, die Molotows waren ja so Jacky-Flaschen. Meine Fresse, ich vergesse schon wieder, was ich da habe und was nicht. Und wie was aufgebaut ist. Ach, ich renne jetzt einfach. Ah ja, natürlich, steh du mir auch noch im Weg rum. Du Arschloch. Hat er mir jetzt gerade den Oberkörper weggefetzt? Ich hasse euch. Alter, ist das heftig. Also muss ich jetzt erstmal die ganze Bande da zusammentreiben und dann mit Sprengstoff bewerfen. Öh, Moment mal. Das habe ich jetzt aber gerade beim ersten Rundergehen nicht aufgesammelt, oder? Weiß gar nicht. Ja, ja, kämpft ihr mal. Macht ihr euch Nütze. So. Ich helfe euch einfach mal ein bisschen. So. Macht euch Nütze. Und jetzt schlagt euch mit dem Viehzeug da rum. Aha, zusammenarbeiten bringt also doch was. Gut. Flöp. Flöp. Und. Oh, 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 oh. Ach, der Nächste. Schön. Wett. Was will sie? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Äh, Jungs. 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 Jungens, da ist ein Gegner. Ach ja, natürlich. Nicht schon wieder die. Wenn er sich mal wenigstens so trennen würde, dass ich ihn treffen könnte. Moment mal, der ist ja noch fetter als der andere. Harley, es ist sicher. Harley, es ist sicher, es ist sicher. Alter. Hör mal, Mann. Ich bin sorry, er ist so. Ich werde einen Schuss. Warum zur Hölle gehen die eigentlich nur auf mich los und nicht auf den? Also eben auf die zwei. Ach. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich musste ja zwangsläufig wohl so kommen. Äh, toll. Ich werde hier jetzt hier dauergeartet. Von diesen Drecksbiestern. Ach Gott. Mal schauen, was ich da so reißen kann. Ja, klar. Mal gucken. Das kann vorbeikommen. Ah, Tommy-Armu. Komm schon. Mal schauen, wenn der sich jetzt so hinstellt. Aha. Na, komm her, mein kleiner Bastard. Wow. Ein Sprintangriff? Naja. Wenn man das bei dem Fettsack so als Spring bezeichnen könnte. Äh, Sprinten. Die und springen. Das wäre ja noch ein Gag. Moment. Kann ich mich hier hinstellen? Trifft er mich dann überhaupt? Ich meine, die Ratten, ob die krabbeln können? Also, aufwärts. Ich weiß ja nicht. Mal schauen. Kommen die da hoch? Ne, tatsächlich nicht. Gut. Das finde ich aber schön. Komm schon. Mach mal wieder den Ranzen auf. Komm, sei brav. Mach auf. Ja? Oh. Ah, komm schon. Mach dein Bäuchlein auf. Sei brav. Mal schauen. Wo konnte ich den nochmal treffen? Weiß gar nicht mehr. Da gab es doch irgendwo so eine Stelle. Oder ehr ich mich jetzt so sehr? Ach, scheiß drauf. Ja, genau. Kaum sage ich das. Was. So. So.